hallo und herzlich willkommen zu mario party 3 und es geht weiter auf dem fließband fiasco im well jägen in wem warten da schnell in wem war das teil? also gegen mario, stimmt haben wir dann alle durch? wo fehlten noch? wario haben wir noch nicht gekämpft oder? oder haben wir wario schon? ich weiß gar nicht ich weiß es gerade nicht mal sch... ich will sich herausstellen erstmal will ich dir nicht mehr vorlesen, weil ich sie sehen muss mario ist erster, ich bin zweiter ich nehme... ich gebe meinen partner vorne hinten wollte ich sagen ich gebe ihn hinten, aber vorne gebe ich ihn hin sooo dann let's a go kann man unter dem fließband fiasco eigentlich... warte eins, da gehe ich ja nur in gras ne? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Okay, was passiert, Platztasch, das war so klar, also DER Platztasch, ich hab mir gedacht, Partner Platztasch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Bahnhof. Au, au, hör auf so'n lecken. Ernst. Wer kommt denn zu mir, oder wie ist das? Warte. Der Brett läuft so ab. Du rennst im Kreis? Wer's Glück hast, erwischt, erwischt jemand, wer's Pech hast, erwischt jemand. Alter, hast du richtig verstanden? Das ist so dumm. 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 Der mag mich halt. So, vorne wieder. Ich mag nur nicht auf das Glücksfeld kommen, das ist alles. 1, 1, 1, 1. Das ist so dumm. 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 wie viel habe ich da noch frei zwar außer ballgarei das ist das beste Na, dachte ich auf. Ich mag es verlieren. Und zwanzig, geht schon einundzwanzig. Warum leckt das so? Das verstehe ich manchmal überhaupt nicht. Oh, was ist das heute? Ist es Mario eigentlich genau hinter mir, oder wie ist das? Das war so klar, dass es passieren muss. Das war so klar. So jetzt kommen wir zum Mario rüber, oder? Ich verstehe mal Barruf. Ich wollte die Pause hinten haben, egal. Äh, am Ende ist das Spiel. Au! Hör auf zum laggen! Endstation! Das ist eigentlich nur raten. Dann tun wir mal losraten. Ich fahr mal nach links. War ja anscheinend auch. Dann fahr ich nach rechts. Und am Schluss fahr ich wieder nach links. Also es ist links. Rechts. Und rechts. Wer hat es gewonnen? Wer hat es gewonnen? Wer hat es gewonnen? 差. Aber mal mehr. Ja, ich habe es gewonnen. Bitte eins oder so. Wenn er drei ist auch im Orden. Und ich kann es bitte 10? In Er kommt rüber, egal was er macht, ne? Nein, er kommt sogar rückwärts. Einer meiner Felder kriegt das! Ich mag bitte nach rechts! Danke! Und dann mag ich... Ähm, Eevee Boss ersetzen, der was hinten ist. Gegen was noch schlechteres. Ist eh klar. Ah, das ist so schief, wenn alles in Mario gehört. Bitte nach rechts! Ah, schade. Ja! Ja! Warum? Ja, das muss ich verstehen, ne? Aber... Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es nicht. Äh, ich verstehe es nicht. Aber, ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Habe ich erst gewonnen? Bitte irgendwas! Du wirst mich doch verarschen! Anscheinend will ich mich das Spiel wirklich funkeln. Natürlich 10! Das ist dir recht, Alter. Weit bin ich gekommen, weit bin ich gegangen, aber ansam. Irgendwas Cooles, Geschwinde Gewinde. Da kann ich währenddessen meine Schokolade essen. Habe gerade einen Guss da drauf. Tut mir leid. Stopp! Kann man das eigentlich auf die U-Bot drehen? Ja Mario hat mir fast die Antwort beantwortet. Ja, wurscht. Die Kita fahrt gar nicht mehr das, was ich sag. So... Und noch einmal B. Dann haben wir Spaß da gewonnen. Aber es war fast knapp. Aber nur fast. Ich bin einfach zu gut für Mario. So... Ja, entweder gehen die Runden aus. Ja, ich darf jetzt noch 10 gehen. Und dann... Na geht's! So doof! Wie viel Leben hat die Piranha Pflanzen? Eins? Eins, aber dafür schlägt es mit 3 her. Das ist nicht dein Ernst. Das ist gar nicht so schlecht. Geht schon 3 oder 2. Ach... 7... Ich sehe gleich. 3... 3... 4... 4... Ich verstehe. Darf ich jetzt ertriff mal weiter kommen? Irgendwas? Äh... Hinten bitte? aber ich habe noch nie gehabt 1 oder 2 1 oder 2 oder 3 und ich jetzt ein 10er bitte jetzt sieht das mit einem 4er aus da würde ich mir doch segieren ja 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 Ja, das geht jetzt nicht. stein block der hat doch null oder? ich spiel mal zwei mini spieler jetzt counten jetzt, äh, jetzt counten Zeiten das war extrem das war extrem knapp hä was zum hä warum fliegt er bei der zweiten runde raus da Mario das ist noch nie passiert 10 oder 8 wir spielen einfach 100 mini spiele was lustig ist wieder result ja das ist easy mit 2 wie gesagt das ist so einfach das bilderrätl wir brauchen nicht flummer dumm dumm ich habe so viele münzen mit den kann ich nicht anfangen so es geht noch mal noch natürlich auch die seite von Mario weiß was es ist egal mit dem mit dem es ist das ist das ist der Ich hab schon gedacht, das ist was auch anderes. Ich hab mir gedacht, das ist ein Scheiger-Dienstbums. Bows out, oder? Das komische Drauschi-Spiel da, ne? Ich hätt fast auf den Draug geschossen. Uppala! Das war ein bisschen falsch. Ich hätt mit 7,6 abschließen können, aber ich hab uns nicht in den Draug getroffen. Ich hab schon mal, lass mich's einfach beenden. Es gibt's ja nichts. Nein, 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 nein. Du willst mich funkeln? Wie viel kriegt er? Was? 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 Das ist nichts... Das ist nicht der erste Spiel des Cut, oder? Ich werde eh verlieren. Warte, kannst du sein Taschen auf dem Mario? Bitte irgendeiner mit eins oder weniger? Wie viel habt ihr? Ah, so oder so? Nein! Warte, warte, warte! 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 Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Darf ich noch einmal würfeln oder darf ich nicht mehr würfeln? Oder war das jetzt schon die letzte Runde? Weil dann hab ich verloren. Bitte geh einfach den Pause an. Boah, ich rier gleich, oder? Ich bin... Wenn ich jetzt noch einmal drankomme, will ich ein Zehner sein. Hallo! Bitte komm ich noch einmal dran. Ein Zehner! Ja! Jaa, hast du Computer, update, geberu! Ja, muss ich aufs Green Rush spülen. Ich wundere mich, wer Korn an hat. Ich wundere mich, wer Korn an hat. Was heißt das jetzt? Muss ich jetzt... Ja, Mario der Wiener. Was für ein entrogerer Bodo. Kannst du möglichst der größte Superheld im Universum sein, aber ich gebe dir noch eine Chance ein Superheld zu werden. Einmal versuchen. Ja, aber das mache ich aus Green. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wie ich es geschafft habe. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao. Bis bald.